Mann, der hat mich schon wieder gefehlt, ich brauche Karten zu becken! Jo, da hab ich was für dich, schau einfach bei als Betrieb vorbei. Dort bekommst du gute, günstige Minecraft-Artable-Access-Accounts, die auch noch für jedem Server funktionieren. Und mit dem Rabatt-Code Mike kannst du dir noch 5% Rabatt organisieren. Aaaah! Ich weiß endlich, was er sich wieder erhofft hat. Och nö, er ist tot. Lassen wir den markieren, hol den mal jetzt nicht, hol den mal jetzt nicht, geh jetzt weg, ich mach 3-60 mit den Suicide, mit den Dingsbogen. Will, ist das ein Klöpp? Ja, ja. Der hat auch einen Bogen, der hat auch einen Bogen. Jetzt, jetzt! Oh lol! Klöpp! Noch ein Airshot, noch ein Airshot! Ah, das geht besser! Bau uns die erste, Nils, bau die erste jetzt! Hier, nimm die Blöcke, bau die erste, komm! Nils, hinter dir! Die Blöcke bauen! Ey, gleich fliegt's Bett, ey! Pass mal auf, ne? Nach nem Bogen, jetzt schießt den Bogen von dem Tod. Warum trifft der Bogen so gut? Ey, du steht zwei Klötze über uns. Hallo! Wurde! Wurde! Da ist der Nonicu, der kann gar keine MD machen! Wusst ich, dass der Nonicu ist. Mann, Dikker! Wurde! Auf runter! Anniu down! Sehr stark! Und der Neckloss... 2 Gold sind drin 2 Gold jetzt hier Soll ich mir in der Basen Island Chip machen? Jaaa Bogen ist runtergelaufen Ich hab mich runtergeschossen Können wir 13 machen? Ich hab mir grad einen Island Check gemacht Was? Ich jucke jetzt auch danach L, Q, T, B, wieviel? Unten down GER Benni du nervst so hart, egal wenn du nicht zivisch willst Dann verpicken wir Bitte move ihn einfach weg Moin Mart Wer ist der Typ mit Voice Changer hier auch noch? Wie meins Digga, musste ich dir safe bauen Das ist übrigens keinem Obelchen Ich weiß Was? Wie blimmst du eigentlich? Oh, du bist der Beste, Michael Der Hammer, Bo Guck mal Achtung Die spielen ja so gay Der eine baitet mich so hart, Alter Baitet Haben wir viele Blöcke, dann könnten wir hier rüberziehen Bo Is one hit Hast du viele Blöcke noch? So 40? Ich hab 24 Da ziehen die auf unser Bogen stammen oder so Mich stammen keiner Können wir hier rüberziehen einfach Haben Bogen auch mal auf uns zu nerven? Kek Digger Was ist das? Oder Das ist ein richtiger Spricher Ich hab jetzt die erste Ah ja schon Ah pass auf, die können direkt zu dir Was schieß Ich bleib bei Mike Boah, den noch am Knick Du kannst ihn runterschießen, du kannst ihn blockbucken In dieses Ding da rein In dieser Kuhle Da willst du mir kurz den Bogen geben? Ich kann ihn runterschießen Gib mir kurz den Bogen Und tot Miche? Ja Ja Irgendwie er gedoppt Oh moin Ja 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 Wahrscheinlich Wieso brauchst du nicht, dass du daumen bist du mal so Ich sehe dich nur noch runterfliegen, wenn der stoppt mich Gibt man diesen Luke hat es nicht? Nee Nö Booslo Und Boadon Was? Äh? Oh, so wild Sogar Supporter nicht Runden links Ich verstehe nicht, wie ich am Anfang von einem Schwerthipp von der Leiter genockt werden kann Ja Ja, man muss immer dagegen halt Ja, man muss immer dagegen halt finden oder laufen Was ist Was ist Was ist Oh Ist mir so schlimm, wenn ich reingehen könnte Vorne reinkleiden und keiner im Bett Ich war der Picke dabei Egal, das ist hier so ranzig Hä? Deren Boatheim Deren Boatheim Deren Boatheim Deren Boatheim Ja Ja Das ist wirklich ein Dreck Nein, Alter, Alter gibt Yakuza Ne Der ist nur unten Unter Der ist einfach nur blöd Ey, nächste Runde mach ich mal bitte eins, okay? Keke Oh, wird richtig mies geänselt Drei Shots Der hat auch nicht safe gebaut Digger Oh, wird völlig schon drei Shots Der Keke ist Der kriegt mich jetzt so krank Der hat sogar vor einen Test gemacht Der hat einen Double-Hit kriegt, der einen Fünfer W-What? Ja War ich auch Was? Keke? Hm? In zwei Stunden müssen wir jetzt aufpassen, ne? Keke timet erst wieder in zwei Stunden Warum? Hey, Keke lass uns weit rein, lass uns weit rein Er hat sich zu 1 und 2,4 Warum erst in zwei Stunden? Ganz stark, Mike Muss gehen, braucht keinen Plan B Er hack mit PHC Natürlich trotzdem down, aber Er hack auf jeden Fall Oh, Digga, ich hab ihn auf jeden Fall im Volt gezogen Ich zeig dir, wie man ihn holt, okay? Ist doch so leicht, Digga Ich hab ihn jetzt dreimal getroffen, er hat dreimal blockiert, ich hab ihn auch viermal, fünfmal, hab ihn gefackt Ja, der Arme, der ist irgendwie da weggeflogen Hier hat ein Scheintricker, also er ist komplett low, 1 und 2 Wer ist das? Der Vordere? Naja, aber ne, der Dwarf Jams Ja, die sagt, geht nicht Dann pack ich das Boden Er wird mich, glaub ich, in der Luft gezogen Und dann pack ich das Vielen Dank.